Das ist aufgenommen. Hey! Was für ein Shadow, Bro? Ah, da kommt noch, Bro. Müsstest noch mal eben auf Docs gehen und einstellen, was wir hier spielen. Das hab ich nicht aufgepasst von wo. Geschissenste Map hier. Auf Docs? Stream Informationen. Ach du Scheiße. Hä? Von wo, Mann? Dass ich grad diesen Gunfight verloren hab. Ich muss mich mal hinsetzen. Hä? Auf Docs? Äh, Ansicht. Du? Kann ich mehr richtig zielnehmen, weil man eine ganze Hand eine Blase ist, Alter. Gegen Kart fahren. Stream Informationen, ne? Ja, immer noch. Oh, ich hab nen Kill. Reicht mir jetzt. Erste? B4. Ja, war zum Schluss, ja. Äh, aber... Ja, deswegen sollst du das auch... Sag mal, verstehst du mich nicht richtig? Oder was? Soll ich den Brief schreiben? Deswegen hab ich extra gesagt, du sollst das umstellen. Äh. 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 Geiler. Und Technik. Mann. Ich weiß gar nicht, wo die hocken könnten im Dunkeln hier. Ehhh. Äh. Äh. Ähh. Äh. Jetzt nicht. Ich hab ja gar kein... . Ich hab ja gar nicht... Ich hab ja gar nicht... Weiß das Problem ist, ich sehe nicht mehr auch da hinten, was ich sehe auch wenn man im Kopf gehen. so ab ich kenne mich mal und dann ob sie schießen ach scheiße schlecht ich treffe natürlich gar nicht so eine bescheidene map hier mann es ist so die war bei der alpha stunde da habe ich es schon nicht gemacht danach kam die bäder die alpha konnte sogar ein spiel okay hier ist eine treppe okay ich höre aufzuschießen weil ich habe es auf der alpha schon gespielt ist so die alpha konntest du nicht spielen die anderen maps gehen eigentlich also die links mit dieses auch im hellen aber die das ist so eine beschissene hier weil die mal einen halbdrucken und einen drucken ja penner oh wirklich da oben mama mia herrgott josef alter wo steht sich denn hin leider weg das ding auch weg mein gott das ist ja gar nichts für mich hier was anderes aber also die märz ist die map ist scheiße er ist weiß ich bin aber hau so gerade ja weil wir die dinger hier eingenommen hier ist noch gar nicht eingenommen worden hinten vorne rechts links alles doch gut nach hinten nach trafis noch der vorräter woanders fallen gelassen ich höre noch nachdem und auch zu poli aber dann fehlt die streckte ist die die stellung aber fest wird kein getroffen auch jetzt habe ich bin es leider aufgehoben ich habe geschlagen hallo das freut mich aber so ist gleich weg zwar genau jetzt bin ich bei dem sport und daher der stelle lokalisiert und da schon wieder 1 erst mal die tonne laufen noch eine das auch gut noch eine junge von wo nach lecken bin ich ganz alleine bei der zone aber das glaube ich ist für eine zone jetzt mal wieder zum leben 321 und ich bin noch stellung auch stimmt von da ganz hinten man ich habe nichts mitgekriegt weil ich hier wegen meinst schatz und so noch sagen muss ja weil sie wussten wo du bist drohne warum brennt ja aus danke da kommt einer steiner kommt durch haus ja ich wiese den 1 drauf kommt hier ja also mindestens ja das ist auch 12 12 hier ne war der schuss laut eine fressigung mit dem luftgeschirr zu spaß der holen sohn hier ist der was kaputt jetzt mein geht hier aus dem spiel hey kommt doch wenigstens einer von euch 321 von morg ach ja und die storm wieder recht gehört hier darf ich will augen am himmel ich glaube wo schießt natürlich ja genau an der hausecke warum auch nicht ja mein mikrofon wurde zerstört ja hat sich das flugzeug zerstört eine mutter ist der sieg ist da die sicherheit stolz stellung identifiziert man hat sie gar keinen dahin haben wir auch unser ja 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 das was dann zeigt ich noch kurz das ganze hinten ja einfach nachladen reicht mir jetzt stammt vereinsort warum kann der karten und hinter mir ist okay rein und so einen seiten hätte der mich fast noch geholt und ja wo man hinter bot sind welche auch scheiße raus ich glaube falsch rum ich habe einer wusste ja hier ist einer ich hab's noch kurz ich höre nichts leute aber gleich geworden 400 feierabend der 350 habe ich glaube ich habe die 350 ok Okay, da ist der 3,50. Hä? Oh, von da. Ich sehe nichts. Ah, fuck! Hallo. So, das Wunschmuckbinter. Feindliche Spionage-Flugzeug über euch. Alter, nee. Ist die kleine Kicke? Alter, Herr Schock. Ah, dankeschön fürs Folgen. Ja, danke. Er kann aber schön sein. Junge, Junge, Junge. Schiss in der Map, ey. Oh, ich mag die nicht. Wenn die Map nochmal kommt, ist der Pascalipten Editor. Hä? Hä, nein. Keine Ahnung. Hä, keine Ahnung. Nicht? streckenteile testen darf ich mal adern danke also ich sehe gar nichts so kann ich mal drücken ach ja ich bin auch daheim bekomme ich keine spielinfo wie mein spiel so war doch kannst du auch gut nachgucken lt drücken kann ich hier da ist extra schon kein schaft drauf warum laufe ich damit in so langsam auf dem band 75 ok die musik geht nicht mehr drüber ja ist jetzt auch nicht so mein favorit aber die ist ein bisschen besser wie die gerade ganz klar da gibt es panzer ja super wenn er zu dreien läuft ich sehe das schon was haben wir wieder folgen an das sturm das kann ja gar nicht hört sich auch an wie bei fordner das immer kleiner wird eventuell weiß ich nicht auch weiß ich nicht genau vermute ich mal ich mache nur noch pro war weil gruppenzwang hätte nicht nur 20 gigabyte doch ich spiele auch alleine ich will nicht beenden weil ganz einfach nicht test warum nicht weiß nicht das ist gut ich kann sie der gleich gern zeigen wenn ich ja wahrscheinlich nachdem trotzdem weiß ich immer noch nicht was sturm ist ich auch nicht rausfinden was ich jetzt gleich noch hoffe ist dass armada noch kommt und dann herrschaft da bin ich glücklich fakt mich zwar auch ab die große jetzt echt noch wir dürfen sie von reden sie am stream ruhe bei lausen da los herren klar ok das war cool sind diese kleinen katzin waffen sturm ja du scheiße mit dem mit der flaggen aber eigentlich wie herrschaften und groß und da sind panzer die nämlich die nämlich die nämlich die nämlich die nämlich die nämlich die mit anruf bist du nicht warum panzer recht ja ich habe ich vorgefahren was ist klar alles klar war nur hier fahren wir die mitte kommt da er kommt hier links ok ist da steht mein panzer vor allem qualm also keine ahnung ich sehe auch noch nicht mal ab ich ja nichts wo 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 sich denn hier wie 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 kaputt der ding ist unten mit einem bildschirm und reihe hier sehe ich nicht dann ist es aber ganz schwach naja ausgeholt mit ihr auch schaden also brennt da geht mal kaputt war ich wurde von einem sniper getötet ja ich weiß noch nicht mehr wo der ist wir müssen zurückschlagen heute all die europasen hey digga ich werde die beschlossen ich sehe nicht mal ein mann das sind auch große maps er fährt schon wieder ein panzer rum aber 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 okay mit digga muster berns scheiße kommen nach was mache ich denn ich darf nicht rauchen während des spiels panzer könnte man hier stehen bleiben da sagt nach wo schieß ich denn hin mein gott ich darf echt nicht rauchen werden das ja ja wieso liegt er mich wo ich mache was sind schön hier über mir was wird der himmel hat sich verfärbt im grafikfehler ja halt die freie spieler mit ja wieder das dunkel hast du die snipe auf diesen großen maps scheiße kann ich nicht treffen weil natürlich kann ja musste übelst aufpassen grafikfehler mann weiß es nicht und dann xbox nicht daher gleich nach hier stand einer wo ist der warum heeey ahhh, was weiß fuck off digga das block ja überhaupt nicht gerade selbst die Bäume gehen nicht bei mir jetzt hab ich mal in Schatten wieder hinter mir am laufen hehehehe lol äh, äh, geht er durch, hallo ah, da kommt eine Granate ah, da kommt eine Granate kann jetzt aber nicht raus ah, Zone gewonnen wo ist die Scheiße na, ist schon kaputt mach weiter Druck treibt sie zurück wir bauen Momentum auf ah, da hinten sind sie versuchen ihre Zone zurück zu erobern boah, da hat sie voll knapp ich habe meinen Kopf höher was, wo ich hab sie nicht gesehen wo ah, ah von da hinten vertreibt den Fall aus der Zone und nehmt sie ein wir haben ein Spiel da hat so Probleme wo sind die mal ihre Flagge und ich kann da nicht lang gehen scheiße ach, jolo scheiß drauf ich sehe aber auch ein war wenn ich bei bei ja wo ja ich da kommt kann so wow ah bis weg ich ich mag hier nicht runter voll ja es wird hell dunkel hell dunkel dann pack mal ne Zeit rum dann ist mein Spiel ein schwarter Klotz Mann das war schneiten äh äh wo snipe so geht das ist ganz da hinten und da das macht ihr na na nicht nachlassen verteidige erobert unsere 200 wo ist der hier will ich aber nicht bitte einmal hier drüben ich habe meine missionen mehr scheiße sehr gut da geht vor ich will eigentlich raus wegen erstes leipen ich auch nicht aber ich bin da hoch ist mich an die ganzen sniper ich bin ein bisschen mehr hp da kommt wieder ein panzer an was ich hasse die ich hasse die ich hasse die auch jetzt bin ich aber den sport ich habe mir hat er seine vorräte nicht aber bringt nichts aber warum bin ich aus warum ist er schon wieder ein panzermann ach komm mal warum immer zehn leute auf einmal machen ich will nicht so gerade umgefallen ich weiß man kriegt ja falsch an panzer ich bin auch schon runter gesprungen so geht ja die leider hier an also ich egal ich würde gern der hoher wird abgeschossen wenn man das abletzt wurde sah ich mein problem ist was denn kann die dinge zu ende sein aber ich höre schon wieder sniper mann ich hasse sie ich hasse sie ich hasse sie das weg ja fucking snipe weil in eurem einsatzgebiet die ganze zeit die ganze zeit wenn man so geht der kontakt so kommt die eine und dann wieder schnell weggehen mal wieder in die hocke ab und dexter aus in die hocke jetzt wird auch nicht sterben wieder ein panzer oh ja das ist ein panzer so zerstört man dich wir bekommen im moment von jungs wir haben es geschafft ich will da nicht hoch man ich trau mich nicht ich werde schon wieder ich mache so eine runde mit die verlängerung die runde noch mit die scheiße der lukie 1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 sozusagen wenn wir dann hin auch in der mitte brennt aber auch die hand man ich habe sterben von lucky da kommt er flogen mich heute mal ein scheiß sniper weg mich wohl alles weg dazu trotzdem sieg hier fucking sniper ja genau ja ja ich bin weg nein 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 wo ist leid muss mit schnarchen leck mich am gta leck mich dann geht auch musik bevor ich jetzt hier irgendwas mache 1000 003 und 6 gb frei über die tage man ruhe zurück modus das ist ja nee ganz endlich aus mann und da kommt ein und jünger und nimm vier leute auseinander mit party nur ohne party Nene 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 Nö, doch, doch Nene Nene Nö, doch, doch Riss Hijacked, Herrschaft, schicke Viel Spaß Hoffentlich stirbst du nicht, hoffentlich machst du mal ein paar Kids Ja, ist ja nicht mehr die große Wow Wow Also Wow Ja, was denn? Äh Nichts? Ich wollte dir die großen mal zeigen, ist halt ein Schnabel Normalerweise auch Armada, aber kam ja nicht Hat mich zum Quitten gefragt, richtig Hast du gut gemacht Nö Hört auf dich Ja, ne Hört mich Finde ich ja auch Hm CW, da habe ich eben so gemacht Na, wie, na Muss mal gerade was gucken Na klar, der ist halt drüben Wow Oh Ja, danke Äh Äh Alter Sie mal mit ihren hässlichen Granaten, Alter Das ist hier genau so schlimm wie bei Dingens Das geht ja Ja, genau Ja 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 Läuft Ja Ja Ich will jetzt noch nicht mehr Glaub ich ja Ach komm Was? Ja, warte doch da einfach genau Oh, hab ich dich getroffen Toll Toll So Das ist mit ihren hässlichen Granaten, ne Mal da Ich habe jetzt aber kein neues Auto verpasst, ne, ne, kenne ich ja Das? Ne Ne, kein neues Auto, ne? Das ist noch kein Donnerstag Das ist noch Ach, von hinten Alter, ich bin dort Blöde Nusti Blöde Nusti Ich hoffe es? Ja In den Fuß geschossen Drecksack Sehr gut Oha Ach so, das Feuerzeug, wo hast du dich gesehen? Wieder unglaublich So So Beta Nix fertig Ich schieß Ich werfe daneben Ach komm Ich schieße, ich werfe da jetzt Ach komm Boah, ich weiß was ich gucken kann Nein, ich muss weg hier Warte 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 oder Schrott Wird du bauen? Alles Ja Obwohl du siehst ja noch Naja Na ja Ich bin hier noch trabe ich mich deutlicher, wie viel steuer. Da bin ich ja noch Hälfte voll Ich schieb Ja Na Hälfte voll Ich schieb Ja da muss ich mir etwas verlassen ja ich würde gerne wissen von wo man zu schwer entdecken schade 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 doch er kann ja gar nicht scheiße man wieder zu spät gesehen wo denn man für mich irgendwie was man hier ausgleichen meine güte die barrieren weg das soll ich jetzt ja was wir jetzt mal ganz schnell löschen löschen habe ich ein ziemlicher das geht seitenwechsel seitenwechsel was ich kann machen kann dieser macht andere farbe jetzt muss aber gerade sein das gerade genau immer wenn ich nicht hing fick dich doch jedes mal wenn ich nicht hingucken kommen sie aus ihren löchern gekrochen ist doch normal ist auch man und doch nicht aber ich werde so geht wie ich das passe ja 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 das gibt gar nicht jetzt muss ich ja sowas ausgleichen man wir verlieren ja ich verliere mein leben gasmine zerstört doch kommt man ja ich will nicht ich will nicht die gibt es ja noch im ganzen auch zu schießen ich weiß dass du mich nicht anschließen ganz weg damit mein gott das ist auch noch jetzt hat es sich nicht von mir ja mann natürlich scheiß für den jungen jungen ich werde bekloppt hier schon wieder ein spiel nase ich werde bekloppt da kann ich nur so zurück geben und ich habe keine munition noch mal eben sterben danke trotzdem zu uns immer weg ich habe mir die kamera überlegen man Schade. Schade. Ich bin wohl noch. Ich bin wirklich eine Straße durch. die einstellung ist ein bisschen freundlicher rente oder gleich dankeschön dankeschön fürs folgen anstrengende runde komisch mittags gehen die runde abends werden sie mal anstrengt mittags sind so voll easy das gibt's doch nicht ich wollte die losers noch gucken mit dem neuen wasser da geschrieben haben neue technik ja das brauche ich auch noch wenn das das ist okay freundschaft nicht nein das ist übelst geil weiß ich nicht habe ich noch nicht gesehen also freundschaft werde ich auch nicht spoilern ganz kurz raus hier wechseln ja wohl kann sagen da ein neues hier mündung ja aber angriff schafft doch doch noch mal ich komme nicht durch hallo also ja so ja ja noch ein bisschen noch ein bisschen der trotz oder wieder das gibt's nicht ich habe extra auf an aber jetzt auch dankeschön stellung interessant was interessant das ist hier nicht funktioniert aber doch kann man da flippen kann man flippen das ist noch die gebaut du musst darüber darüber da flippen wenn ich selbst nachfragen was gebaut habe weiß dann ist war doch einfach dann wirst du sehen ich muss hier hoch und direkt noch neu starten war die muss ich bekommen ich habe ich selber getrollt ich wusste hinter der stunden muss verbaut und los ja wo ich darf ich mein eigener flipp ja vergleich ich hätte mit der kamera klar ich habe zwei erste getroffen aber die erwischen mich natürlich natürlich so natürlich ja warum denn nicht weil ich ihn schlippen kann weil die kamera so testet voll scheiße ist und wieder ich habe doch gesagt bitte man und wo kommen die denn achten ja ich sehe nichts danke ich werde aber ja ja aber wie auch vergleiche gerade mit ihren scheiß ding an hier paketen karten hier sie ist auch nichts von diesen es ist so zum kotzen drei stück erledigt meine granate dahinten war einer Alter. Ja, nice. Ah! Stellung lokalisiert. Boah, unten. Alter. Oh! 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 Ich hab keine Ahnung. Okay. Hm. Wob bin ich denn hier? Hallo? Hallo? Die verbrauchen so viel Speicherdinger. Hä? hallo das meine die schlechte angewohlenheit moment jedes mal wenn ich jemanden getroffen habe nachzuladen und das ist mit mir manchmal zu hängen soll dir auch ja ja ich denke mal die tüte wie sie aber störtlich dann ach komm jetzt kriege ich den checkpoint in der luft jetzt wird keiner mehr da ist so eine scheiße alter es ist der horror hier mann jetzt willst du mir erzählen dass ich es so abbauen kann oder das jetzt kontrolpunkte und ja ich kann löschen nachkommen wieder mal nachladen ja voll erschrocken ja ich mich jetzt auch jetzt wird mein auge voll doch geschossen die sehr und aufzeichnungen wir doch direkt mal von hier alter haben sie von hinten meine alex hat sich gemeldet meine nicht meine zum laden wo es kann strich hin manche wackelt alles zum kurzen mh mh Junge, hocken sie wieder an der Tür drinnen. Los, leg er auf, 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 leg er auf. Oh, der Heli kam gar nicht ganz an und flogbarer weg. Oh, da ist aber noch eine Droh. Ja, keine Munition. Danke. Äh, ich vertest mich, danke. Yeah, da die umfliegen, oder? Oh ne, ich treffe Zucker, iiiiiiiiihihi. Ha, von hinten. Ja, moin. Ja, nee, bei mir, was? Checkpoint. Äh, checkpoint. Ah, das ist mega. Was? Ja, warte mal. Oh, den kann ich gar nicht. Ah, ich seh nix. Oh, was ist das? Was? Alter, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinschießen soll. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bauen soll. Ah. Muss ich ja umgehen, weil der Checkpoint ist. Checkpoint? Junge, ja, ja. Wie andersrum. Ja, ja, ja. Komm. Zum Mäusemelden hier manchmal, ohne was. Manchmal schon, ja. Zwei Leute, ja. Oh, die passt, ey. Das passt. Loll. Vorhin war es so, weißt du, ich gucke rechts, ich gucke links, keiner da. Ich gucke rechts, ich gucke links, keiner da. Ich gucke rechts, ich gucke links, keiner da. Ich gucke rechts, kommt von links einer. Alter. Hast du dich doch leicht getriggert gefühlt? Ein leichtes Scoot, du. Okay. Leicht war echt gut, ey. Das war so assi gewesen. Äh? Wie? Äh? Äh? Was machte ich? Hä? Äh? Was macht man noch Teil hier? Ja, leck ich doch am Aken zu hoch. Aber, 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 aber. Aber, 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 aber. das war aber absolut nichts gewesen mit dem rechts und links gucken wirklich original gefühlt fünfmal immer geguckt und dann 31 21 ist noch und die nächste runde verkomme ich jetzt wieder pass auf ich muss wissen wissen ich muss wenigstens wissen ob er klappt und tschüss hast du die probleme was machst du da ja alter wie der halte stellung schon wieder das ist jetzt von mir weise eigentlich sprüche aber nur das alter sag ich ja 25 ich bescheide mit meiner freund achat noch ja 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 Team Deathmatch, das ist ja gar nichts für mich, mit den kleinen Karten. Ähm. 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 Wel? Wel? Ups. Danke. Auf Wiedersehen. Mhm. Hey, wieder Team Deathmatch. Newtown. Hm. Voll. Oder kommst du? Äh. Ja, und da kommt nicht. Warum ich dachte nicht, Ballett? Problem. Bei uns zieht es aus. Ja. Wenn sie nicht passt. Oh. Mal mal. Wett. Ne, muss ich höher bauen. Höher. Und wahrscheinlich. Und wahrscheinlich. Aua. Ja. Und das brauche ich aber doppelt. Brauche ich nicht doppelt. Hm. Was tut dein Problem, Alter. Oh, das war jetzt die Rette. Mach mal. Aua. Mein Arme, Alter. Richtig ehrenwert von meinen Armen. Ich denke, ich müsste der Flip funktionieren, der Flip. Boah, mir ist doch generell schon kein Problem. Warum nicht? Es ist ja auch nicht. Mich nicht gern so haut. Aber. Aua. 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 Feuer. Ich brenne. Hilfe. Also. Ruf die Feuerwehr. Ja. Alter. Die kann jetzt auch nicht mehr helfen. Wo kam der denn her? Lol. Ach man. Das zweite Runde gemacht. Ey, ne Edward Wand. Die kenne ich auch noch. Kann ich nicht drehen. Ach so. Okay, so. Manu. Edward Wand. Okay. Na, dann. Danke. Das war ich in die perfekte Raum. Gibt es die schon so gerade? Ne. Doch. Ich habe die Antwort nicht. Alter. Ich habe mich. Worte. 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 Nase Flugzeug werden. Ja? Spionage Flugzeug. Spionage Flugzeug. Spionage Flugzeug zerstört. Wo sind die? Hallo? Hello. Hello where? Scheiße. War das fair? Ich schieß daneben. Wo die Leute sind. Ach so. Ah, dahinter auch noch irgendwo Nein, habe ich verdreht Ich sehe leider keinen mehr, keine Ahnung Kommen sie gleich wieder aus allen Löchern, pass mal auf Komm mal Kinder schon Kinder Junge, aus allen Seiten Das ist Standard, Digga Das ist alles im Mäden Alles zu Mäden Ja, das Ja Außen mein War, right here Oh, nein Fast perfekt Ich sehe die Piss am ich Von wo, von wo Ach, von da Einer ist weg Ich würde sagen, da mache ich jetzt noch eine Dinge entzünden Das ist die Zielscheibe Jetzt haben wir unser Ziel auch Ja, muss ich heute schon noch fahren Keine Munition mehr Ach, scheiß drauf Ob das denn, Alter Alles klar Ich habe jetzt ein Checkpoint gesetzt Ah, wie das aussieht hier Loll Wie das hier aussieht Das ist nur ein bisschen Ne, aber egal Oh, doch Junge Alter Also ich glaube, es ist alles gesetzt Test Oh, musstest du nachladen Ja, ich kenne das Gefühl Besser Ach, den habe ich zu spät gesehen Sehr gut Na Ich habe den Checkpoint vergessen Ah, ja Ja, läuft bei denen Oh, jetzt bin ich in den Bus gefahren Alter Ich komme halt so schnell hinterher Okay Hey, da fängt ja bald die Map mal an Ui Ja, ich fahre mir natürlich schon die Checkpoints ab Weil ich einen Kilometer brauchte Abfuck Und die Hälfte davon Von meinen Bauteilen Gegen die Röhre hier drauf Vielleicht ändert sich das nochmal Scheiße Nein Ich sehe schon wieder nichts Das ist das zum grauen Haftwerden Ach Was habe ich denn hier gebaut Guck mal schnell Wenn du bist Am Spring Ach Ach Irgendwann noch Flickflackhörer Und weg bin ich Da wollte ich mal cool sein Mehrere in einem Baum Was ist Verschoben Ich bin runtergefahren Ich bin runtergefahren Die ganzen Hemis Ja Das Gefühl habe ich auch Wow, nachladen Niederlage Aber erst Ich fliege da voll Geh mal eine Röhre Hey oder Hey oder Nee, doch nicht Hey, hier beginnt ich von Die Strecke Nach zwei Minuten Erst nach 13 zu Ich will eigentlich gar nicht fahren Wir müssen doch fertig stellen, was kommt man hier in fritt aber ja klar einfach mal nach maps Ja Ich habe noch ein paar die Also nicht Griffe oder so Sondern Dingern So prüttlich Stunt und so ein scheiß Soll ich dann immer anmachen Vielleicht nicht Das kommt Geht ja Dann mache ich an Nö Gut Jetzt Ja, ich freue noch halbe Stunde Ja Halbe Stunde Dau mir zu lange Nein, macht Ich war ehrlich Ja, bist schon fertig Was war die Frage Verdammt Ähm Wie weit bist du? Mann, ich habe gerade erst einen Checkpoint Wo ist mein Ach, jetzt bin ich ja oben rausgeflogen Mann, man Oh, Pascal hat's Pascal hat's Oh Ja, Pascal hat's Jawollo Er hat's Oder auch nicht Ich habe das Ding ja mal gefunden Damit ich mit einzustimmen Alter Junge, was war aus mir vor Ich hab's Ich hab's Hat das nicht Schweige Jo, Pascal hat's Nein, er hat's Oh, das glaube ich auch wohl nicht Er hat's Du bist so ein Krüppel Halt deinen Maul Du hast gerade gesagt Ah, er hat's Und dann wird ich gerade runtergerutscht Toll Ich wurde erschossen Ja, richtig so Ach, jetzt falle ich schon Okay, das fahren wir jetzt über neu Wie ich jetzt geflogen bin Tschüss Jetzt hör euch nicht mehr zu Lass mich in Ruhe jetzt Ich seh nix Das ist auch mies Danke Häh Ach so Warum wirst du denn so langsam machen Ja, da gehst du mir auf den Sack Du mir auch Gleich hole ich meine Granaten raus Dein fucking Ernst, Alter Ja, komm Ja, komm Genau Ja, ach klar Warum auch nicht Wir haben A verloren Hab's gleich geschafft Gute Map Oh, weg war er Oh, wie schade Alter Jetzt hab ich keinen Bock mehr Piss-Snaken Jetzt hab ich auf dem Check Auf die Karte geguckt, ne Weil ich dachte, ich hätte noch ein Checkpoint in der Luft Bin wieder runtergefallen Wir reden dann schon Sieben Minuten schon Läuft So flippt hier habe ich auch extrem schar auf Hier und dann bist du runterrutschen Okay Haben sie mich eben zu doll geärgert Frech Ist auch rausgegangen Ja Ja Jetzt kommt das schwerste Teil Die Zielscheibe treffen Tschüss Hat Rockstar Probleme oder was Hier geht nichts auf Rauschklapp oder was Was war Geflogen Ich hoffe jetzt Dieser Flips funktionieren Ja Ja Es war Rauschklapp Oh lol Und die zweite Flips Und ich gehe ich noch Okay Wo geht es hin Die hoch Wenn man 1 8 Jetzt gebe ich kurz Den Titel Und dann gehe ich kurz Wie nenne ich das denn Hm Wieso sehe ich hier noch eine Karte Mann Hä Was kann ich Ihnen sagen Hä Will oder was Mein Magen Hier wird irgendwie nicht mehr viel angezeigt Gefühlt So Beschreibung Mahnung 30 Minuten Ach shit Ah nein Hier geht nichts mehr Mann Gut Ach nee Scheiß drauf Ich habe die ganzen Also von daher Ach Bodo So Mittag Eigene Fahrzeuge Natürlich Speichern Veröffentlichen So Ob es Was kann Storymodus Dann geht das scheiße Schön mit Ö Das würde doch lieber scheißen Warum Hust du mich jetzt mit dem Kopf Alter Ja Machst du Ne Dingens Auf Sitzung Bin auf Ich gehe gerade Pinkeln Ah jo Ah jo Keine Ahnung Tschüss Ich finde hier nichts Irgendwann anders Gucken Ich finde hier nichts Vielen Dank. 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 Du hast 250.000 und Gegenstände bekommen. Okay. Hey, ich bin drin. Das geht dir doch mal gar nichts an. Du benutzt sie doch eh nicht. Frech. Nicht beitreten. Was? Das ist das? Ah, du lässt es jetzt über den Laptop loben. Ich brauche den Controller. Ich brauche den Controller. Ja, ich brauche den Controller. Ja, aber trotzdem. Ja, wird schön. Ja, aber dann sofort. Ach, der muss pinkeln. Bitte, danke. Bitte. Ich bin da. 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 Und ich bin da drüber. Und nicht so eine Spackhaus da drin haben. Partner. Nee. Am besten nur Erwachsene. Fertig. Ähh. Beschreibung dazu. Ähm. ich brauche mal ein neues ding ins bild kann ich hier schreiben natürlich kann ich das nicht schreiben soll ich dann jetzt nur dinge anmachen wenn ich da bin ja ich würde sagen ja dann bin ich dann auch mal falls er wohl was heißt falls wenn wir das gefahren und ich kann mir die merken ich dann sowieso wenn ich heiße man bestellen hier art of troll bei juli das jetzt wieder lasagne ich bin selbst dabei natürlich für was wir fragen natürlich bin ich dabei bei der sanja also hier habe ich drei wenn du die musiker sagt bescheid ja und da habe ich gern zeit schon man würden immer schlimmer jeden tag ich sage ich muss mal zum arzt kommen naja fahrtwagen das kann ich nicht ändern eigene fahrzeuge an so wie das gm team sind vernünftige leute zum zocken ps ihr müsst einverstanden sein aufgenommen zu werden zweck twitch und später youtube start jetzt aktuell spieler benötigt ja keine ahnung das ist auch gut in meinem feed anzeigen deutsch veröffentlichen kreiberner ist der beim weiter fliegekoppensucher schreckt jeder auf jeden vorken Ja, ja. Weißt du doch. Oh Mann. Klappt's? Klappt's nicht? Ja, hat geklappt. Alles gut. Wangenommen, aber nichts passiert. Ach, jetzt. Du bist doch gerade weg, komischerweise. Ah, jetzt bist du. Warum? Ich verstehe nicht. Musst du auch nicht. Benutze die X-Tuber-Zähne nicht, also musst du so nicht verstehen. Noch nicht. Also kann ich sie ja nur nutzen. Ja, aber was hast du denn vor? Ja, nix. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Die haben wir schon gefahren. Echt? Ja, da war ich sogar mit Ball. Ja. Instant raus. Und du Arsch, mich umgebracht hast jedes Mal. Jetzt muss ich das hier aber erstmal minimieren. Oder kann ich das im Fenstermodus laufen lassen? Mal gucken. Sorry. Ja, geht ja echt viel. Ja, ich bin nicht gemacht. Aber ich möchte gerne Fenstermodus. Da. Ey, gehen wir zur Seite. Wie kann ich denn hier? Ah, 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 okay. Jetzt habe ich einen Fenstermodus. Bitte auch ein bisschen kleiner machen. Ja, schön, dass es so geht. Sind wir viele von dem Typen da gefahren? Weiß ich nicht. Die kannte ich auf jeden Fall. So. Ja, hier ist einer mit 11%. Oh, das ist alles so weit ohne Maus. Riech mal. Soll ich die Maus bringen? Ne, brauchst du nicht. Hab schon. Die wieder Musik wieder dabei. Kann ich noch sehen, ne? Ja, gut. Nichts. Wo ist mein Auto? Auto weg. Ey, Mom, wo ist mein Auto? Zum Mäusemilken. Also, mich macht hier gerade eine Sache ein bisschen skeptisch. Was denn? Das soll eine Stuntmap sein, aber ich kann alles auswählen. Aber vor eigentlich nicht für Supersportwagen. Jetzt habe ich mein Auto eigentlich gefordert. Fordert er jetzt, lädt er mich zum Dings ein, alles klar. Ja, natürlich. Ja, typisch. Ja, doch mal, ey. Wow. Wow. Aufs Tür, da ist die Stau. Pro-Gamer. Was ist ein Bild? Ja, warte mal, es hat sich gerade mal... Oh, fuck ist das gerade. Muss ich da wieder größer machen. Ich frage es jetzt, wo ist mein... Hä? Wo ist mein Beitrag denn? Ich weiß noch. Mein Beitrag ist weg. Läuft. Äh, ja. Hä? Nein. Äh, was? Hi. Ja, was ist, wenn ich jetzt bestätigen drücke? Dann fliege ich doch da aus der Party raus, oder? Ja, ja. Ja, ja, weil die nächste Party ist dann deine Gruppensuchen-Party, glaube ich. Was ist denn das für ein Müll? Ich schicke Ihnen Nachricht, der Korsol bei dir in die Party rein. Äh. Ey, wenn eine Gemeinde hat, dann macht einfach selber eine Party auf, kein Thema. Also die Gruppensuchen-Party. Dann kannst du das nicht wieder raus schmeißen. Ja, aber das ist doch schon wieder... Ey, das ist doch... Dass man das alles so kompliziert machen muss, ey, das ist doch kacke. Dafür hast du das. Ach, was? Dafür hast du das genutzt. Also nutzt du das. Scheiße, was der geschrieben hat. Ach, du wolltest mich weiterhin rätseln lassen, ja? Ja, du benutzt die nicht, also. Lass mich. Moment, hau noch nicht. Ja, also juckt mich das nicht. Aber warte ab. Spätestens nächste Woche. Äh. Machst du jetzt eigentlich mal ein Bild? Was für ein Bild? Nö, hab ich nicht. Du wirst noch die Map kennen. Ich hab kein Bild. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schick mir das Bild. Ich hab auch kein Bild. Richtig, dann. Ach, du hast auch kein Bild. Okay, passt. Mach an. Aber Kontakt. Okay. Scheiß drauf. Und dann gleich. Äh, scheiße. Gäbisch, oh. Wie soll man nicht labern? Wie zockt nicht mal mit, Mann? Wenn man auf Bestätigen klickt, dann ist man automatisch bei denen in der Party. Was ist denn das für ein Müll? Jetzt haben wir auch schon wieder Scheiße gemacht, ey. Ah. Hä, normalerweise, wenn ich einen Gruppenpartakt gemacht habe, ne? Dann war die Gruppe, äh, die Party, in der ich drinne war, war da eine Gruppensuche. Wenn einer gesagt hat, der ist interessiert, dann konnte ich auf das Profil gehen und entweder bestätigen, blockieren und noch irgendwas. Ich weiß auch keine Ahnung. Ich weiß auch keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es gerade ein bisschen verwirrend hier für mich, weil ich hier mit zwei Xboxen arbeite. Äh, gerade. Und ich habe keinen Bock, wenn ich das bestätige, dass ich da reingehe, weil dann fliege ich hier nämlich raus und, äh, nee. Äh. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, wenn er jetzt nicht zurückschreibt, hat er Pech. Äh. 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 Was? Oben, oder? Oh, da oben durch. Oben. 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 Ach du Scheiße. Oben lang. Ja. Ach man, du verpiss dich doch. Was findest du von mir? Lass mich in Ruhe. Komm, Cold War, Alter. Nee. Nee, lass mal vor. Ach man, ey. Der pisse dich. Ich kriege dich jetzt. Hat er mal. Das war jetzt extra ein bisschen lang. Wie lange der kann ich nicht hier fahren? Ah! Nicht so lang lang. Das ist mega fiesig. Ja. Wer genau hat die Scheiß mitmachen gemacht? Ja. Uh. Und ein paar Tönen? Jupp. 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 Tschüss. Bin durch. Container geschafft. Und da rausgeflogen. Weil die Alde hier steht. Und mich schon wieder abzerrt. Ja, geh. Mann. Ja, kennst du sowas wie konzentrieren? Und wenn da jemand sitzt oder steht und wartet, dann kann man sich nicht konzentrieren. Ich löb mich nicht. Äh. Zu hochgefahren. Wow. Oh, bin durch? Ja. Ich hab bei den Ringen auch gekackt. Oh, da sind ja Boots drin. Soweit war ich nämlich auch schon. Hä? Warte mal. Muss ich unten fahren? Als auch nicht unten fahren muss. Ah. Was ich da durch? Also ich glaube, wenn du durch den Containern bist und durch die Reifen kommt ein Pfeil nach unten. Durch eine Brücke, dann müssen wir auch und langfam sind da einfach Brennen drin bei den Reifen. Ringen. Ich muss erstmal hier durchkommen, weil das ist schon wieder assi genug hier. Boah. Hab vergessen, Gas zu geben. Ach komm. Gibt's doch nicht. Guck mal, kann man nicht da unten lang fahren? Oh. Oh. Hä? Ja. Hä? Und nicht mehr einfacher. Aber da ist das Netz von der Brücke. Oh. Was machst du denn da? Oh. Oh. Fuck. Ist ich gerade ernst oder das? Ja, hast du gesehen. Schrei. Schrei mir raus. Hä? Ja, war unten. Sicher? Ach safe unten. Ja. Safe. Wunderbar. Ach, das ist nett. Fuck. Ja, ja. Da musst du ein bisschen aufpassen, aber da kommen sie durch. Einfach als oben. Ey, das geht ab, ja. Erfiss dich. Ja. Schade, ich wollte drückwärts fahren. Ui. 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 Du musst das Gas aber richtig kontrollieren. Ja, das war nicht so gut. Ach. Ich fahr lieber oben durch. Ist geliger. Ja. Ja, ich glaub ich auch. Weißt du, was sagt er und ist hinter mir. Da wär schon durch. Leider nein. Ey, da ist ein LKW gewesen. Ja. Und, äh. Ja, danke. Ey, das ist der Ernst. Ist immer noch da? Ja, natürlich. Moin. Ja. Na Abend. Ach, was mach ich denn? Vorrückwärts. Tschüssi. Tschüssi. Wollte mal respawnen. Nein! Zu tief gezogen! Fuck! Äh. 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 Lauter machen. Oh, durch. 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 Nein! Boah, was kommt denn da oben noch? Hätte man da oben geguckt. Oh, fuck, Alter. Ähm. Wenn du durch bist, bei dem Pfeil, also wo du unten fahren musst, kommen noch zwei Ringe. Okay. Soll ich dir sagen, welcher er ist, oder würdest du selber rausfinden? Wie meinst du, ist das eine Bremse? Es ist eine Bremse auch, ja. Oh. Oh. Es ist eine 50-50 Chance. Ja, sag, sag. Dann nimm den unteren. Okay. Wenn du, äh, hier durchfährst bei dem ersten Ring, ne? Äh. Äh. Der untere ist eine Bremse. Ich bin bei oben immer gefahren. Ähm. Kurze Info an dich, ich guck gerade von hinten. Der obere ist die Bremse, der untere hat einen Boost. Boah. Ja. Und danach kommt ein Aussortierer. Ja. Die Ränge, die am Spawn kommen, sind beide oben Boosts. Jaja, ich weiß. Und der bei dem zweiten, also nach der Brücke, wo du runterfahren musst, musst du unten fahren. Den Ring. Oh Mann. Und dann kommt eine Aussortierer. Hm. Alter. Oh ja. Ich hab vergessen zu lenken. Sehr gut. Hehehe. Hehehe. Also unten ist einfacher. Oh alter. Muss ich nicht unbedingt sagen, ich bin durch. Ja, ich komm unten, der Sock da. und verging eben was noch so gut gegen die brücke gefahren da hast du gesehen ach jetzt habe ich zu dir guckt jetzt aber jetzt hast du mich folgelaber der ja im container hängen blieben runtergefallen was nicht konnte runtergefallen alles klar du bist da am fall abgeprallt ich finde das aber oben leichter ganz ehrlich sagen ja wenn ich mit zweiten fahren würde finde ich so einfach nebenbei geraucht ist fast wieder mit beiden scheiße auf dich geachtet die untere war das nach der untere ja ich weiß da erstmal wieder hinkommen letztes mal so schön durchgekommen jetzt gar nichts mehr ich bin ach du scheiße wieder verwirre spiel hier auch er hat sogar die die standteile benutzt mit der rampe wir sind über rampen geluft alles kommt denn hier alles anscheinend aber gerade nach oben was kommt die straße ach das magst du es wohl eng aber das kriegst du hin bekommst du erst in den checkpoint ich sehe nix das ist mein problem ich bei der spirale nach oben ab ach du scheiße ich sehe da oben in der luft zwei selbst mit ich glaube aussortieren in der mitte also es kommt ein selbstflip zwei aussortierer so wie es hier aussieht und dann noch mal ein selbstflip und dann kommt das ziel alles klar du bist noch im ziel ich warte ja ok 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 alter ich habe und sonst was kommt da jetzt keine ahnung erstmal fahren keine ahnung ich gehe vor ich werde schon sehen warum kommt da nicht gerade muss ich mir das drehen nicht es kommt mir entgegen nein doch ich muss nein da kommt jetzt ein blaues rohr ich habe rückwärts und ich komme jetzt raus aber ich fahre jetzt raus ja und ich bin unten wo ich sehe nix kamera oh ich bin oben raus nicht runterfallen bitte war der kurz bevor du fährst ok wenn du oben kannst fahren ich schliege noch wenn du im rohr gedreht bist und diese spirale die mitten im weg ist hoch fährst ja vollgas weil da kommt ein straßenteil und da ist ein ding ins trainer so eine bodenwelle richtig fies ist ließ da oben war da aber die straße anfängt da hinten ja will ich noch was was eine bodenwelle diese dieses stück diese stand rampe also die spirale und das straßenteil da ist ein abstand dazwischen deswegen springst du da habe ich versuche das noch mal weiter kurz einmal hoch den gedreht kommen erst mal abwaschen wollen diese auf hat die ist übel scheiße gebaut so jetzt bin ich wieder hoch und jetzt muss gas geben also eigentlich ok da kommt auch nichts mehr kommt eine aussortierung nur noch mit punkt dann ja ich sehe es das schaffst du danach wird es nicht kritisch also muss ich gerade nach oben fahren und der straßenteil ein aussortierer und dann kommst du zu mir alter ja ich wollte mich so wir haben das ein problem hat denn ich muss jetzt losfahren auf dem st also ins rohr straßenteil und dann in der luft ein pfeil jetzt muss ich wieder abschätzen oder wieder abschätzen oder flip ist der ist also so viel ich von hier sehen kann dass der direkt beim pfeil irgendwo hier der straßenteil auch das heißt das kommt später 1 2 3 3 3 flips ja den ersten habe ich in zweitens ich versuche mal weiter weil ich weiß wie du flipps kannst doch und da ja den zweiten hatte ich fast tschüss tschüss alter ist das aber mies hier mit dem oh ne alter ja 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 darauf ich muss nach dem zweiten flip also derzeit kommt gar nicht abschätzen wo der ist ich sehe und wieder weg mein handy ist alle ganz schön alter wie hast du das was meinst du die spirale hochgeschafft ich überdrehe grün rote grün gelbe ich habe die welche farbe ist die andere pink schwarz die habe ich von ganz unten angefahren dann wirkt das gas nur angetippelt also ich bin wirklich nicht danke aber das ist echt haarig da viel zu langsam hier ich genau weiß wie sowas nerven kann wie was nerven kann ich habe ich nicht schon wieder ohne scheiß wenn ich so rennen fahr ich sag mal mehr der war sehr gut der war zucker der war nicht zucker aber noch oh lol ich bin noch drauf und weg bin ich nein bin ich nicht rauszutiere und weg bin ich wieder irgendwo bremsen versteckt ne ok weiter und du fährst nicht runter ah bin drauf ok bin vorm ziel ach fuck alter ja da fahr doch rein ok neu schlagen wir erstmal was tut denn dann springen im backofen ich habe den dicks nicht geschafft ey den ich bin immer wieder weggerutscht ok weil das hat er so scheiße gebaut da ja das hat er echt grüßig komisch gebaut also die drehung habe ich zwar hingekriegt die ist auch eigentlich relativ easy da in der röhre aber die 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 dings da hoch hätte ich glaube ich noch irgendwie keine ahnung 20 minuten warten müssen oder so ja deswegen never fahren wir mal eine die kennst du ja schon fahren wir im halben jahr wenn du sie schon wieder vergessen hast ja gibt mir zwei wochen ich wusste doch ich wusste doch eben nicht mal was gestern gebaut habe oder vorgestern ja von daher ich würde das gleich nein ach ja das war jetzt rekordzeitig gespawnt worden bin denn irgendwas scheiß handy leer da habe ich auch keinen bock dann irgendwie zu fahren wieso kann ich den hier stund rennen gigaloops 2021 wir haben schon gespielt ich wollte normalerweise wollte ich bluetooth ausmachen aber irgendwie ging bluetooth jetzt ist doch an scheiße warte mal warte mal eben oh man ich will bluetooth ausmachen na wieso geht das jetzt alter ich habe eben jetzt ausgemacht statt bluetooth falschen knopf gedrückt doch hab ich den falschen knopf gedrückt also ich habe hier troll trials gemoddet das ist sein erster skill test das steht gemoddet also mach einfach an will schon schief gehen ich denke auch also umdringen kann man sich mit dem porsche auch was nochmal was umdringen kann man sich mit dem porsche auch das ist der aus dem rehwetter ich hasse das mittlerweile ich fange dann zu husten ganz normal und auf einmal geht das und dann fangen wir zu kratzen jetzt schon wieder guck ich fähig auf dich vielleicht kriegst du eigentlich drauf oh schon wieder schon mit nimm deine konsole mit ins Grab mach ich ja die sieht schon gemoddet aus ja so ein bisschen heißt auch noch lange nicht ob die auch funktioniert weil ich habe auch einige davon das problem ist aber die funktionieren nicht mehr ach ich habe ich dir den grünen geholt ja stimmt manche gehen auch unter die maps ne das ist aber nicht gemoddet das kann man auch mehr aber ja ja kommen wir über dir da oben aber kann ich auch schreien aha loll weißt du was warte mal gib mir das auto bleib mal stehen digga bleib mal stehen digga bleib mal stehen so kann losgehen da ist ein motorrad ja ich treff gar nichts erst mal die dings abfahren scheint wohl schon etwas älter zu sein ich muss naja vielleicht oh da ist ein ufo mir ist mir aufgefallen ich wollte eigentlich auf dem land ach land war schon hä 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 ja das ist aber das ist aber hier kummer kummer ja hierunter das container nee nee guck mal das ist so ein ufo teil guck mal was da rausguckt aus der straße das ist so ein ufo teil und das dieses das halbe ding ist davon unsichtbar also egal was wir jetzt in den nächsten monaten vorhaben ich brauche unbedingt pc ich muss mehr von diesen rennen fahren alter scheiß egal dass der pc muss maximum geht hier aushalten das ja das wäre ja ich glaube ich aber warum auch pc maps so ja ich glaube ich bin noch ein pc ich möchte ich mich nicht in die wand aus nein ich weiß nicht wo lang warum ist da okay doch guck mal da steht einer ja ja was war denn im depot ja gar lang hier war nicht so hä lol guck mal warte der stirbt nicht ja das ist so ein so ein mpc und so ein bisschen mal dadurch das ist ja der dingens oh lol ist das ein penner nicht hier manu hä nicht hier also ich doch hier ja war richtig ist das ein penner mit dem unsichtbaren teilen ach da ich war schon von der bohrmaschine äh backpoint hm 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 müssen wir wohl hier rüber die antwort ist ich weiß es nicht scheiß drauf ah hier ist eine wand ok ah ok ich kann nicht gucken du musst zweimal links fahren und hier ist wasser pass auf ja perfekt ich wusste es habe einen punkt haha ich liebe das hier ah schon wieder ja ehre fahr mal lang hey hey da ist zu hätt ich dir sagen können hahaha weil ich es gesehen habe ach mann und hier wahrscheinlich hier lang pass auf und bam ich fahr trotzdem hier auch nochmal lang ok hier ist zu hat er doch tiefer gesetzt wie lang hä 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 muss ich auch was soll mit vollgas damit hä ne ne ist der wand links hier geht's lang andere seite aber drin und dann wieder die andere seite genau ja was ist hier los ok 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 ja tschüss das ist nicht dein ernst jetzt west ey ne ne hak sushi ach ne kascha ey ne Notfalls können wir hier auch abkürzen. Ist weg. Oder so. Dann fahr du mal lieber weiter, ey. Du fährst schneller als ich. Und sein? Ja, und verkackst öfters. Jetzt sag ich doch. Jetzt sind wir hier weg irgendwie. Ey. Warte mal. Warte mal so. Und dann so und tschüss. Wieder frei. Bist du auch gerade abgesunken? Ah, ich darf meinen Gast geben, fuck. Hälfte hier. Ja, perfekt. Wie machen wir das jetzt? Ich komme dann lieber. Du kannst doch noch retten, ja. Nee. Okay. Aber ich komme hier rumwitten. Ich komme hier nicht rüber, ey, so ein fuck. Warte mal. Kann ich so machen? Ja, so geht's. Oh, ich bin weg. Ich darf es nicht zu schnell Gas geben, ey. Na ja. Das ist jetzt aber ätzend, dass ich jetzt hier hänge. Da steige ich aus und hau mein Auto weg. Ja, klar. Ui, Auto. Nee. Nein, mache ich nicht. Einfach Vollgas geben. Nein. Okay, jetzt wird doch. Ey, ich bin wieder drauf. Manu. Hä? Nein, guck mal hin, guck mal hin. Hey, ich bin wieder. Verpiss dich. Wie ich jetzt hier den Pump hole? Ey, guck mal hin. Ach nee. Ach nee. Oh, ich habe ihn. Ach, wie holst du den jetzt? Ich gucke. Äh. Hey, respawn. Wie vorsichtig er fährt. Ach man, da kommt ja noch so eins. Och nö, heute sind wir zur anderen Seite. Oh, fick dich doch. Warte mal kurz. Sekunde. Ja. Du machst keine Fotos. Toll. Canon. Und, ja, perfekt. Ach ja. Äh, die Kamera. Fuck off. Loll, lol, lol. Nein. Scheiße. Kamera. Nein. Mit den? Warte mal. Ah, toll. Ja, ich. Ach, ich habe keine Raketen mehr. Ey, das ist gar nicht. Äh, lol. Heißkater. Äh, nein. Äh, nein. Äh, nein. Ich wollte, so wollte ich. Warte mal. Äh, so. Komme ich hier noch hin? Nein, gefühlt nein. Scheiße. Ach, du hast auch nicht geschafft. Ich wollte nicht abkürzen. Ich war kurz vom Punkt. Ich hätte da hingehen, laufen können, aber kein Bock drauf. Ich sehe nichts. Jetzt. Boah, die Kamera hier sehe ich eine Prüfere scheiße. Äh, nicht reden. Mach mal. Ey. Oh. Oh, fuck. Hier sind Huckel drin. Ich hab mal gerade. Boah, du kommst gerade so runter das Schild durch. Wir haben Punkt. Na, wird für wenigstens besser? Ja. Ja, wird's besser. Wo sind die Mann und das Handy? Dankeschön. Leckeren 3 Euro Lasanien-Scheiß, aber ich liebe es. Ich weiß, ich mag das, lass mich. Boah, die Kamera, ey. Ja, mach mal. Au, alter. Die gleich denken. Alter. Ja. Du kannst aber zwischen, ähm, den ganzen Tag. Moment, was muss zurück? Hä? Ich muss zurück? Nein. Doch, muss ich, aber ich warte. Oder wenn ich spürte? Warte mal. Ja, ich muss zurück. So. Warte mal. Ey, warum kommen hier zwei? Bei was? Sag mal, sag mal, wirst du? Äh, wieso wolltest du eben mit herkommen oder was? Ja, ich muss da hinkommen. Ja, dann... Direkt da, wo du bist, ist der Checkpoint. Ja, dann warte ich eben. Okay, wir müssen wieder zurück. Oh, nö, ne? Was ist das denn für ein Mögel? Ich, ich warte. Hättest auch eben warten können, Vogel. Ja, klar. Na, oh. Fick dich doch. Oh, oh. Hm. Sehr kühl. Oh. Oh, lol. Ey, mein Arzt auch bewegen, Alter. Hm, nee. Nein, Mann. Ey, glaubst du, ich kann man den linken Arzt nicht mal mit dem Rücken heben, ne? Scheiße, so kann ich nichts sehen, ne? Nee, so sehe ich überhaupt nichts. Scheiße. Hat er aber schon hart mies gemacht hier. Hm. Da fuck, was warst du denn hier? Alter, das geht jetzt ab. Oben auf der Straße. Ich will mitgucken. Ah, komm ich hier hoch. Alter. Alter, hallo. Ich komm sogar hier hoch. Hätt ich so. Ach, die kämpfen hier. Die haben hier gekämpft. Alter, die Kamera. Ich kann die nicht so ruhig halten. Mach ich mal mit dir ne Runde, du Hohenzoll. Komm her, hier. Auf, oder laufen, du Schlampe. Bitte? Ey, ich weiß nicht, wie ich die Kamera hier hinkomme. Ach, jetzt falle ich hier unten. Dass ich die Räder sehe. Ich dreh die immer mit. Bitte, ich bitte Glück. Ey, ich war doch grad gar nicht da. Ey, warte mal. Hab ich mal geschossen? Nee, ne? Sobald ich Gas gebe, dreh ich die Kamera mal. Kenn ich. Das ist kacke. Mann! Das geht gar keiner mehr hoch, weil ich das alles sehe hier oben. Ey. Ey. Okay, hier bin ich. Was du nächstes mal machen kannst? Patronin Caponara. Das war mal geil. Okay. Höh? Alter, wie backen die Autos rum? Wird irgendwas unsichtbares da sein, denke ich mal, unsichtbare Mauer oder so. Ja, die fahren die ganze Zeit gegen die Gini Wand. Moment, was? Ja. Meinst du bei dir? Nee, du passt klar perfekt durch und unter dem Schild da. Sei ruhig. Ja, okay. Wollte da nur helfen, Alter. Ja, ja. Aber die Kamera, die hilft mir schon von alleine, du. Ja, okay. Was ist? Was ist? Tordelchen Caponara. Der Mann, der muss ich gut nicht geben. Ja. Alter, ich seh nix mehr. Nein. Ich seh absolut nix mehr. Wie weit ist denn das noch, Mann? Du musst doch nur noch gerade ausfahren, sondern... Wenn du so bleibst, kannst du Vollgas geben. Ja. Alter. Junge. Ich finde, weil ich, weil ich die scheiß Kamera mal drehe. Hä? 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 Die Fette da hinten. Dort. Jetzt der scheiß wieder zurück. Ey, was ist das für ein Müll? Wie viel Punkte haben wir denn eigentlich noch? 16,35. Also ich bin mal 16,35. Ich würde mal einfach mal die entfernen. Was ist das für ein Müll? Hm. Wolf. Hi. Oh. What the fuck, ey. Einfach. Einfach mal versucht, geradeaus zu fahren. Gas, 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 Gas. Hm. Capon. Noch einen zurück. Ey. Manu hat's. Manu hat's. Ja. Oh, schon ein bisschen schneller gefahren. Ich mach den rechten Stick nach unten. Dann kannst du eigentlich die Vorderräder perfekt sehen. Scheiße. Nach unten? Ja. Dass du den Wagen von oben siehst. Ja. Hä? Das mach ich schon die ganze Zeit. Ich bin eben andersrum. Ich hab den Stick nach oben. Das Problem an der Sache ist, ich verdrehe den immer, sobald ich Gas gebe. Das ist mein Problem. Guck mal, bis wohin du überhaupt fahren kannst hier. Aber bis hier ist ich, ähm, ja. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Was willst du jetzt schon wieder? Guck mal. Was ist loll? Was hast du runtergeschmissen? Was hast du runtergeschmissen? Ne, wo ist denn der Tabak? Denk da einfach nur. Ach so, loll, alter. Ich hab mich mal nicht weg. Wenn du sprichst, hört man die Musik. Aber da, wo ich stehe, hört das Ufer auf. Ich seh nix. Ich seh nix. Alter. Ich seh wieder was. Alter. Hä, war ich ein Punkt? Ja. Ich hätte nicht, was wir. Irgendwo. Wenn du sprichst, hört man die Musik. Da, 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 da. Immer noch? Ja. Ja, da parkt. Loll. Hey. Mach weg. ach du scheiße geht es dann noch weiter ihr scheiß kartons ja amazon pakete du musst auf dem was dein ernst ja auf den grünen roten da das hast du mir echt zu spät gesagt ja ich wusste welche farbe soll ich machen soll es machen die farbe wechselt noch wieder gemeldet das manu erstmal raum gehen das muss aufnehmen ich weiß ich weiß dass sie runtergefallen trotzdem muss auf mich warten scheiß drauf ja und ich schaff es natürlich nicht wir halten fest ich kann nicht immer noch hier kommt nur ich will darüber dass mich darüber glück gehabt wenn man das schon im obst stand holt dann weißt du der scheiß ernst verdammt was für ein punkt da hast du dir noch gar nicht nein ach so ich dachte jetzt ist 50 50 chance hier moment erwartet auf mich kann ich aber kein platz machen kann zwar die chance blau oder grün sag mal was der andere muss schon nehmen blau oder grün blau ist er blau nehmen ja gut dann warte ich jetzt hier also aus kann mein glück über eine bremse kann es aber hier runter verspringen theoretisch kann ich kann ich hier ja komm ich heiß drauf hier ist zu dazu man ja hoch wie hoch aber wir haben ja da offen gelassen Tricksack. Ne, jetzt zu. Lass mich am Arsch. Gehäcker. Haben. Hab den Hacker ausgetrickst. Dann kommt hier jetzt. Voll links. Ah, voll links. Tschüss. Oh. What the? Okay. Warum? Ich bin rechts. Gut. Und hier ist... Auf? Ja, dann komme ich zu dir. Ah! Frage ist nur, was wäre auf der anderen Seite gewesen? Wahrscheinlich zu. Ah ja, zu. Ja, ich sehe es. Der Bord auch da mit der Container. Und hier ist jetzt die Sache, ob hier Speed oder so ist. Ja, ne. Moment. Habe ich auch? Hä? Er fährt rückwärts. Scheiß was drauf. Das war jetzt nicht so schwer, hier lang zu fahren. Ich fahre einfach. Shit drauf. Oh, hier war gar nichts. Ach. Ah. Hä? Er fährt weiter rückwärts. man kann ja wissen das stimmt weil du musst nur er ist offen hier links von mir manu ja war sogar brainer warum ich denke war zu ja ja aber du kannst einfach ich kann nicht außenrum er ist gesehen wenn ich die koordinatenscheiße da anmache und dann noch ein bisschen da unten dann mache ich den normal dann wagt er um porten spiel auf die straße deswegen als den speed meinst du musst du selber und da jetzt noch mal zurück heute ist man weiß man den weg ich bin doch da vorwärts gefahren vogel ich fahre schon wieder viel zu schnell alter da hinten kommt auch noch was sehe ich gerade kommt noch ein bisschen mehr was mit speed das hätte ich jetzt auch noch gefeiert zu weit war abgeflogen wie klar warum fahrst du in der vollspeed hoch bin spät oder was ich weiß nicht okay das ist ein bisschen hoch irgendwann noch da drauf kommen also rückwärts muss ja wollte ja ausprobieren aber daher hat mich nicht gelassen einfach gas geben einfach gas einfach los einfach so das ist ein wagen davor mann doch da steht noch ein wagen wie ich da steht noch ein wagen wie ich da steht ich bin oben drauf jetzt ist aber die frage wie das hier ist da lang okay hier oben drauf ich kenne ich kenne die aber ich habe den punkt also ich habe es auch vorwärts geschafft komme ich hier wieder rauf und ja mal zu gucken mal gucken ausprobieren ja komme ich okay da wollte ich nicht fahren wir mal gehen weil du musst die andere richtung kennst du aber meine mut gabel das war nicht essen also das war jetzt 26 von 35 ok ein bisschen kommen noch doch wie lange jetzt mal gucken ob ich eine annäherungsmine vom punkt habe um wenn kanal ein dollar auch das erreiche warm und morgen ja Ja, der nicht. Muss man hier speeden? Ich speede einfach mal. Mal gucken. Ja, okay. Man muss da speeden. Pfff, der Point. Toll, ich hab noch was Schätzchen in der Spielliste. Ah, du bist da. Ja. Was hab ich drauf mit MPC, Alter? Hä? Hä? Einfach einer. Hä? Hä? Nee, da hab ich gefangene Uhren dran. Scheiße. Also Gas geben. Was, Junge? Frontflip, damit's noch schön wirkt, weißt du? Und macht ja kein Frontflip. Moin. Hä? Juhu! Ja, kennst du, ich komm da nicht hoch? Was? Kennst du, ich komm da nicht hoch? Dann kommst du doch. Oh. Oh, jetzt. Oh. Nee, ne? Achso. Nee, ich bin gegen Dings gefahren. Oh. 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 Oh, jetzt wieder hier so ein Konzentrationsteil, oder was? Oh. Nee. Ah. Ah. What? Huhu. Nein. Huhu. Alter. Das war aber gerade knapp. Ich bin auch da. Ja. Aber ich hab Zigarette in der Hand, das Problem bei mir gerade. Ah, ja. Ich lass ja alle, alle Zeit der Welt. Ich ran nicht. Nein, Spaß. Heinz Maulfall. Mach ich für sowas nicht. Das mach ich für sowas nicht, ich weiß es selber auch. Warte, ich mach jetzt ab. Oh, ich hab gerade jetzt. Oh, ich dachte gerade schon. Was geht denn hier ab? Hä? Hä? Ah. Gott, im Himmel. Hey. Hä? Ja, wo ich gespawnt bin, dein Ernst? Aber ich check's nicht. ich bin hier ja irgendwann fängt diese plattform an ja ne welle fickt mich jetzt oder was allgemacht ey, mein wagen ist kaputt wie hast denn das geschafft ja ne welle man, zweimal so und jetzt haben wir hier mehrere optionen hier ist zu ich nehme das hier tschüss ach man hier ist eine welle ich fang hier rein das ist richtig da gibt nur die zwei hier naja es gibt nur die beiden hier hat er das mies gemacht aber geil war nicht schlecht ich fahre zu, ich fahre noch cool, da gehst du ja jetzt morgen arbeiten dann muss ich dann wieder alleine, woher am früh aufkommt kannst du hier noch mal schlafen kannst du hier noch mal schlafen? ne ne wie spät haben wir das eigentlich? das war 3 Uhr kurz vor 12 also ich komm bald wieder stop listen peace we team was we 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 Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Hat man das Ding gemacht? Ja. 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 He. Ja. 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 noch alter als auch mal kein parkourmann dabei ist für ein aber voll der tolle parkour ja machen also einfach mal versuchen mal gucken was passiert einfach mal gucken und ich werde ich so kurz die punkte sind ja viel zu wenig 20 alles klar ja kenne ich also mittig ein bisschen oberhalb ich bin immer noch nie jetzt erzähl mir nicht du musst den schwung mitnehmen mit sicherheit anders hätte ich jetzt nicht erwartet wenn der loser es schon steht nein brauchst du nicht wo ist der checkpoint da hinten rasenboost wo ist ja ja so ihre springen anscheinend ihr nennen auf dem straßenteil hinter den traf links ich sehe es noch halte gute members gemacht ja ach nee da muss doch hoch springen noch etwas von meinem leben man ja ich komme da gar nicht ran was sind das ich bin vollgas gefahren spirale auf zu kommen ach so über die hälfte gefahren also oberhalb der hälfte leitfaden habe ich auch keine ahnung nicht gewinnen hier schon vollgas geben der unschein was du musst du vollgas geben ja ich sehe doch nicht wo ich hinten muss nach oben die kamera rechts jetzt geht nach oben machen ja dann kann ich wieder nicht fahren jetzt bin ich zu weit jetzt fliege ich daneben alles klar hallo naja muss kurz essen hi ah meine beine sind eingepennt man da ist nicht weiter was guckst du jetzt schon wieder so betrübend warte kurz mal kurz diskutieren gehen auf 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 da 位 und 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 so und jetzt da ist der punkt ja Ich bin in eine Röhre und sehe nichts wohin. Ja und ich bin zu weit geflogen in der Röhre, ja moin. Ja, ich komme wieder runter. Und drehe dich um, Alter. Hast du noch andere? Ja. Noch spaßigere? Also was hat spaßigere? Ich meine, irgendwann will ich die hier bestimmt auch noch mal spielen, aber nicht unbedingt jetzt. Einfacher meinst du? Ja. Wird chilligere jetzt. Ja, ja. Obwohl die eigentlich recht einfach aussieht, aber ich war ja eben schon fast beim Punkt. Naja. Aber trotzdem. Ich bin noch in die Röhre gekommen. Ich bin noch in die Röhre gekommen. Irgendwie so und so und so. Ja, halt chilligere. Guck jetzt schon. Hm. Bei hat es eigentlich relativ easy gebaut, muss ich sagen. Ja schon. Aber es war ein 21 Parcours. Da ist ein schmutziger. Da geht es dann wieder normal. Erstmal da eine Spirale, wo du mit Sicherheit den Speed brauchst. Dann da hoch. Und da. Keine Ahnung. Wolang. Oh, keine Ahnung. Na, jetzt aber keine Lust zu. Da sind auch noch Sprünge. Ach, das ist Kage. Was ist das Kage? Hast du ein Dingens Maps? Parcours Maps noch? Ja, ne? Äh. Ich hätte noch den, den SK Broom. Parcours. Ja. Weiß ich nicht. Müsste ich. Moment, ich hab auch noch. Ich hab noch einen. Da sind eins, zwei. Aber auch. Ach du Scheiße. Okay. Äh. Ich bin noch im Rennen. Ich warte eigentlich auf Einladung. Deswegen. Ja, das ist das nächste Rennen. Von dem X21 Warride Parcours. Aber diesmal 11 Prozent. Oh, das ist auf den Klo, wenn ich eingeladen habe. Wieviel hatte der hier? Äh. Vier. Ah. Hier kann man abkürzen. Lull. Aber macht keinen Sinn. Quatsch. Jo, angenommen. Äh. Ja. Ich muss wieder schnell pinkeln. Jo. Ähh. Hm. Irgendwie passiert hier nichts. Jo. Jo. Ach. Jo. Jo. Toll. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieh ernsthaft aus dem Spiel SA jetzt. Vielen Dank. All right, Parcours. Alles klar. Das ist jetzt schon einschmutzig. All right, Parcours. All right, Parcours. Ich seh schon einschmutzigen zum Beispiel. Ja, die wenden wir jetzt ganz schnell. Pass auf. Bist du noch nicht am Ziel? Was? Nee. Und am Ziel? Ja, ist hinter mir. Ich gucke noch dahin, Alter. Ey, guck mal, Flugcheckpoints. Guck mal. Olek. Tschüss. Warte, ich will nur deinen Dauern. Ey. So, reicht jetzt. Da fahr ich jetzt genau. Moin. 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 Ach, Alter. Moin. Ja. Oi. Schrei auch mal rum. Ja, schrei noch lauter. Dann wird deine Stimme doch nicht besser. Oh, da habe ich deinen Schatten gesehen. Ah. Oh. Wand. Ah, Wand. Äh. Okay. Ah. Da ist ein Boost. Oh. Ach, das sind ja Boosts. Ja, deswegen hat es mich gerade aus dem Leben gerissen. Äh. Oh, der ist Sporn, ne? Wo geht's hin? Ich hab wen schafft. Oh, lol. Leute, ich hab ihn trotzdem gekriegt. Abbasen, ach so. Habe ich doch gesagt. Ja, ich hab dich zu wegen Rammstein. Hast du das? Ähm. Ach, da oben? Ja. Ja. Ja, genau. Jetzt hab ich aussteigend. Äh, respawnen ist es geschafft. Ja, genau. Ey. Oleg? Ja, ich flieg drüber. Alles klar. Wo ist der Check? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, du Kacke. Wenn das Robbe, die kommt, bleibt stehen. Nach dem Sprung. Aha. Da steht, bleib stehen, bleib stehen. Ja. Steht auch. Guck dir das mal an. Ähm. Bist du sicher, dass das ein Parcours ist? Ja. Ja. Ähm. Was kommt danach? Ich komm mal da hoch, ne? Ja. Ja. Da hin, da hin, da hin. Oh. Na. Schimmelde. Ich hab hier oben rausgefahren. Also da musst du ein bisschen Speed mitnehmen. Eigentlich musst du schon, wenn der, äh, dieser rote Balken da anfängt, da musst du schon flippen. Ähm. Ja. Aber, äh, ich komm noch mal hoch. Achtung. Warte. Hau an. So viel zum Thema. Bist du sicher? Äh, responches. Also nochmal, dann fährt die Rampe hier hoch, ne? Dann die Spirale. Oh. Tschüss. Dann fährt man einigermaßen middlich und springt nach oben raus. Tschüss. Und man fliegt mal drüber und man sieht mal noch fliegt. Äh, gleich quitte ich mein Leben. Wenn ich da hinten schon sehe, dass da ein Rohr ist, wahrscheinlich mit einem Ding als einem Aussortierer, wo wir uns ja drehen müssen. A4P-Stoff von mir, Mann. Ich war jetzt einfach so egal. Tschüss. Wui. Was ist das so gut? Ja, einer, den ich zwar geschrieben habe, aber es hätte sich nicht wieder gemeldet, das hat. Ach, spannend. Oh, der Name kam, der hat mir bekannt vor. Uh. Pro-Gamer? Ja. Oh, nee. Gibt's mehrere. Mano? Ja. Wenn du diesen Flip geschafft hast, fährst du zwei Warride-Teile nochmal ab. Ich geh nach oben, dann kommst du in einem Halbrohr und ich fahr runter. Halbrohr? Hä? Hä? Nein. Was war's? Nein, da war's. Was ist passiert? Ich hab halb Rohr gehört. Das war zu viel. Halb Rohr. Wir hatten eben eine schöne Map. Der hättest du auch mitfahren können. Hättest du auch ein bisschen Spaß gehabt. Doch, das war eine gemoddete. Die war cool. Ich gucke viel mehr. Aber eins. Da ist dein Parcours jetzt. Ich bin auch im Ladebein. Bemodet. Ich glaube, ich komme in der Öffentlichen. Keine Ahnung, warum. So bestätigst du, ja. Ja, so ein bisschen, ne? Ein scheiß Auto. Aber Glöckers kannst du so beitreten. Was machst du diesmal? Ja, ein Ladebild. Irgendwie komischerweise immer noch. Hä? Ja, ich meine, wenn ich dann gemacht habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat mal gesehen bei Ulex. Ist mir auch egal, ist ein scheiß Auto. Diese Woche sind beides scheiß Autos. Junge, wie lange bin ich denn hier noch im Ladebild? Ja, bringt nichts. Toll. Angenommen. Oh, oh, oh. Oh, du ziehst du. Ja, öffentliche. Wett. Schnell passiv. Oh, nee, schau, das ist. Ja, da war schon Heli. Achso, den kennen wir, glaube ich, schon. Ah, nicht zu sagen. Heutzutage schon. Das sind alles. Ja, die sind auch nette Heli-Service. Ja, das sind alles Verbrecher. Ey, was das denn? Triathlon kennen wir auch schon. Das Bild sagt mir was. Ich meine auch, das ist FBI-Gebäude, meine ich, oder? Nee, das ist nicht im FBI-Gebäude. Nee, 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 das ist nicht im FBI-Gebäude. Aber, äh, kenn ich's, glaube ich, auch nicht. Kennen wir schon. Also, ich kenn das zumindest. Das Bild sagt mir was. Na, mir nix. Aber wir brauchen kein, aber wir brauchen kein Skill. Da steht no Skill. Hä? No Kill. Ach so. Wow, Manu. Ich hab nur kurz Hegel, guck mal an. Fick dich. Drück auf Weiter. Jetzt erst recht nicht. Jetzt warte ich die Zeit ab. Ach, das war wieder. Raus, weiter. Einsaufen. Schleim-Munition nachkaufen. 48.000. Ich hab 250.000 gekriegt im Übrigen. Von Rockstar. Wieso? Weil? Ja, keine Ahnung. Oder hab ich gekriegt? Ach so. Oh, Mensch, endlich geht's mal los. Er hat's mal endlich auf, äh, weitergedrückt, ja? Ach, hier geht's schon los. Laufen. Ach, ja. Ich kenn's. Ja, mir sagt das auch was. Ja. Hallo, ich hab's gemacht. Was denn? Hä? Was denn? Was wolltest du da oben? Ja, weil ich es kann. Ey, was ist das für ein Typ? Alter, was ist denn das für ein Typ? Der erklärt dann hier auch, ey, was ist das für ein Typ? Der sieht auch ganz einfach voll Spaß ab. Oh, Mann, ey. Hier ist was los. Was ist das für ein Typ? damit ja doch moment mal fahrrad ja ich glaube auch mit dem fahrrad ja ich glaube im fahrrad kann ich hier springen mit dem fahrrad fahrrad und kruppel mit einem dreck wie soll ich darauf kommen stolper das warte mal da ist da ist ein tod ja warte mal warte mal kommt ja ich dachte da kommt man rein weil da so ein ring ist weißt du siehst du diesen ring ein feuer ein feuerring gute map da kann man nicht hinspringen haben wir dann könnten wir vielleicht den überspringen haben wir fahrzeuge oh ja haben wir auch jets ich denke mal schon da war ich habe kein fallschirm kann so ein fahrrad runter ja treten kann ich nicht bei der kassel dann überspringen war denn weil er funktioniert nicht einfach nur dass die anderen funktionieren ja aber wir können fliegen achtensechzig punkte wenn die anderen okay sind wenn die gehen dann ist mir das egal ja vielleicht geht es ja auch aber oder ging es mal ich habe auch maps die sind gemoddet wir haben sie so scheiße gebaut aber ich meine bei gemoddeten ich habe welche die sind zwar gemoddet aber die funktionieren nicht mehr weil rockstar da diese gemoddeten teile rausgenommen hat damals wurde auch gesagt und deswegen funktionieren die leider nicht mehr und es gibt auch eine die ich kenne da kommt man dadurch nämlich auch nicht mehr weiter mit der party das war so klar dass mich das killt ach komm mal ach red nicht was hast du war ein baum da war ein baum ey da könntest du wieder ach komm ja gleiten ist nicht immer alles du lass mich raten wenn es zeit mal gehen würde auf zu raten man packt zu also ich fahre mit so einer limo hier rum keine ahnung so schwälen hat man stehen hat man stehen ja auch man so theoretisch wenn es schnellen wagen hast kannst du sogar noch ein holen ja in deiner sprache in meiner sprache ist es ein van ja ein suv kann man auch sagen jetzt voll in die in die dinge rein fahren in die tanke nein bist du irre mach ich wenn ich den punkt hab ach du fährst um der seite rein hä du fährst um der seite rein hä warum soll ich von der a hä macht keinen sinn ich bin immer anders reingefahren macht trotzdem keinen sinn viel zu weit nicht für mich ja du hast auch lange weile ja wieso nicht ja ich hab keine lange weile ich will den punkt damit es weiter geht wenn es weiter geht nein ist er vorbeigefahren wo wer geht um zu studieren safe ich verkack gleich ich kenn mein glück also Pascal du musst auch mal kacken ich kenn mein glück nicht wenn ja und ich habe es noch jetzt meinte wo geht es noch nicht mehr denn sind die überhaupt jets ja ich habe es noch nicht mehr da fahren die sich die lkw ist an ihrer misch ja kannst du nicht mehr hey platz 1 nicht mehr lange muss erst mal gucken wo der punkt ist direkt dann im rohraus ja ich bin dann an meiner military base also auf der brücke hab ihn ich habe aber auch den flieger noch ich bin ja was gut soll ich sagen soll ich trotzdem noch mal ein bisschen rumfliegen so lange bist du den punkt hast na ja dann möchte ich gucken ob der nächste punkt geht wenn ich alles so schwer ist dann kannst auch aussteigen also wenn es mein vorschlag ich kann ich kann ja mal kurz gucken oder überhaupt ist unten ist ja der wer genau daneben du musst aber da hochklettern okay der ist aber machbar also ich mach mal einen auf der ist glaube ich sogar mit dem fahrrad macht ja das ist sogar mit dem fahrrad macht also ich weiß nicht ob das richtig ist mit dem fahrrad sondern vielleicht auch er zu fuß aber es ist machbar mit dem fahrrad ich warte immer hier der andere ist auch machbar auf dem fahrrad ich weiß ich weiß es nicht da gibt es irgendein trick wahrscheinlich machst du denn ich will den punkt nicht der ist auf dieser weißen plattform ja passt aber auf das ein container aber ich komme angeflogen hier bin ich hast komme ja aber wie erschietete ein teil ab genau ich leck mich am arsch du bist bei mir eingeflogen ja da er macht hier war das für einer so viel gleich salzigkeit alter so nicht was denn jetzt bin ich ein bisschen weiter nach zur seite man nein müssen wir da mit dem fahrrad fahren oder was aua blöde alter war fast um fahrrad lang jetzt geht selbstmord bevor du mich abbringst was ist das für ein gewollt was ist das für ein gewollt äh weißt du was wir können einfach noch ein schluss schluss du kannst einfach so punkt springen ja weiß ich ja ja er ist erschieter nicht ich so jetzt reißt es ey mach mir keiner ja genau okay ich hab ihn auch ich will auch diese stopp schilder so auf zur seite machen das ist dein ernst alter hallo ja nee was was ja hast du es doch bekommen ey 2 zu 3 steht es ja ja und ach scheiße tschüss am besten da springen was warum fährst du denn da mit dem fahrrad hä nee falsche richtung wir müssen da hoch mit dem fahrrad ich weiß es nicht das sieht mir aber gerade so aus äh wieso ey fahr da los müssen wir hoch nee wir müssen runter ja aua da war der punkt er übertreibt es wieder nee da müssen wir nicht mit dem fahrrad oh ey wer bist dich ey ich bin vor fahrrad abgestiegen und bin gestorben kann passieren man ey nein ey ey wenn wie denn es gibt doch genug punkte er schießt mich einfach darauf steht wieder kein spaß weiß was die lese sagt ja mal mit sagen zu lernen wenn ich mit zockt ich soll es auch wenn zu labern wenn du nicht mit zockst machen das so wie wir dann heul dich rum mit der reihe zu sagen ich spiele fußball jetzt hier rüber kommen weiter wo ist denn hier hat das ob er springen ja der war falsch schmerbogen wo rüber kommt da rüber einfach springen einfach springen also ich wollte ein stopp steht hier muss ich das lang ja ja da schon begangen hier lang gibt es ein fahrstuhl jetzt wie lang guck mal wie richtig ich das gemacht habe ich laufen pass auf ich sehe nix das das problem muss auch mal so machen und ich kann das ist aber echt übel was geht angezogener waffe geht es eigentlich 14 von 68 ja ich muss normalerweise auch lachen ist die nacht vorbei sehen wirst wohnst du hier auch oh warte mal Fahrrad? Nee, Bälle Alter Alter Ey, warum hast du die Bälle jetzt aufgemacht? Alter, jetzt komm ich hin Ja, richtig so Warum hast du mich gestorben? Äh, gestorben Pascal Ehrenmann Aber zu wem soll ich so aufhören? Ja, moin Seh nix Da rollt ein Ball Seh nix Oh, hast du Glück gehabt Hä, wie die Autos durch den Boost fahren Alter, was für ein Tempo Ich frag mich nur, was passiert, wenn die NPCs über Beschleunigungsstreifen waren Ob die auch so abgehen Hä, wo muss man denn jetzt hier hin? Auch hier hin Oh, eine Standkamera, oh ja, die brauch ich auch Vorsicht wo Wo ist der Wichser? Was denn? Deine scheiß Mine Ja Ey Hey Hat der ein Glück? Alter Erstmal wegsprengen, Hunde Hallo Hallo Alter Das ist doch nicht so schnell wegsprengen, Hunde Das ist ein Penner Das ist ein Penner, Alter Brenn Brenn Sag mal Der haut die ganze Zeit vorbei, Alter Der haut die ganze Zeit vorbei Tja Hey Hör auf damit Nein Hallo Hallo Was? Hey Oh Schätze Der nächste Punkt holen Ja, leider Schon lustig zuzusehen Schon lustig zuzusehen Schade Leuch Toll Oh, hast du auch überlebt Ey, ach man Ach, jetzt wird mir schon untergefallen, toll Können wir jetzt noch weitermachen, ich will gar nicht wett Tja Du machst doch hier Faxen Steht doch schon 6 zu 3 Was? Ach Ach Ich würde dem Zeug mal noch nie kriegen Hä? Guck mal, da einer Sterne Hä? Ähm Was? Der Punkt ist hier in der Luft Hä? Loll 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 Oh ne, das war ein Fehler Ja Bist du in den Fahrrad reingefahren? Ja Ach Ja Ja Für mich ist die Map vorbei Hä, warum? Oh nein, bist du mit? Nein Ja Oh nein Ja Für mich ist die Map vorbei Oh, warte mal Kann ich dein Fahrrad nicht irgendwie noch rauch holen? Glaube nicht Nee, ne Ich spawn direkt im Wasser Warte Ah, das war's Naja, das war's Musst du früher machen Was falsch rauskommt Ja, ich hab Ja, ich hab Verlassen Naja Ja, aber das war's dann Hä? Alter, ich komm hier nicht mal raus Kannst du mich mal zu deiner Lobby einladen? Mal komm hier doch nicht noch mehr raus Oh, warte Ja Hast du bekommen Angenommen Na, aber scheiße, was muss ich sagen Ja Ja Der hat wenigstens eine Plattform hinmachen müssen Nein, der hat das Umbauen Das es Wandlungspunkt vorher gibt Zu Fuß Also falsch Naja, es war ja GTA Modus Ah so, ja dann nicht, ne Mal gucken, wie heißt denn der Wagen, Alter Halb eins Ja Haben wir zwei Uhr zu ins Bett Wenn ich was du den gerade geguckt hab Aber ich mach mir gleich noch ein Brötchen Ah, der schmutz in den Dillern zu kaufen Das ist nämlich auch Feierabend Ja Haben wir gerade ein Audio gekauft Ah, wie ist Feierabend jetzt? Gut, alles klar Mama, aus da Aus die Maus Ja Uuuh Wait